Jetzt ist nichts da, ja? Trinken werden wir auch besser, ja? Herr Dier, reingekommen bin? Erst haben die Hochzeitsgäste da abgesetzt. Hochzeitsgäste sind wir da. Da habe ich eine angelangt. Ich bin vor. Auch, dass jetzt der dritte Beisitze das sein wird. Jetzt kann ich die Jungfrau selber sein. Der dritte ist der da. Der dritte ist der da. Du wirst die Jungfrau selber sein? Also, Herr Ausfahrter, ich würde schon bitten, um die Erlaubnischette, Jungfrau Braut auf zwei, drei Ehrtanz einzuladen, auszufordern. Ich meine, Falschmann, kennst du denn den? Hat er dich gegrüßt? Irgendwann musst du dich sehen. Sehen haben wir schon, aber gegrüßt hat er nicht. Das ist voll dran draußen, ja. Das Grottschern wünsche ich nochmal. Nein, das ist gut. Guten Abend. Also, den ersten Ehrtanz beim Fußboden herüber. Beim zweiten, beim Fenster herauf. Beim dritten, auf den Hohlboden herauf. Keiner sieht herauf. Ich bin halberlaufen. Ja, halberlaufen. Weißt du nicht, was am Halbernaum ist? Nein. Irgendwas ist die Schaufängersrostmitteil. Dann musst du mal bei uns als Knecht gehen, dann musst du mit der Fulde gehen, dann kann man rein. Ja, was ist genau? Dann kann man bloß anfangen damit. Ich möchte es jetzt heraufschmeißen, wenn wir in der Früh eine Fulde gehen, dann musst du auch so zum Arbeiten, dann kann man rein. Jetzt wird irgendwer braut, dann wird erlauben. Dann wird er spendiert. Jetzt kann man jetzt schon mit der Betrautkeit erst mal in die Freude gehen, dann wird es den Ausfordern, und das Ballstand tut, und ein paar andere auch. Zuerst muss der mal dienlich sein. Dann ist er der erste Heiß, was da ist. Wenn du mir lauben auf zwei, drei Erdtänze, dann wird etwas spendiert. Und was werden das? Dann haben wir ein paar Ochsen, mit langen Kühen, die werden ausfordern, mit samt seinen ersten Hochzeitskästen in den Himmel hineinspielen. Vielleicht musst du mal richtig gefuldet werden, Thomas. Hau! Hau! Jetzt fuhren die wir schon hin. Das musst du mal machen. Morgen vier Kampfsträder, das darf man bis der Ochsen noch mal richtig ausfüllen, und das schlug sein, da sind sie alle mal raus. Die einfache Sache wird sagen, wir den Ochsenbraten aufgetreiben. Das muss man schon auch machen, keiner alles tun. Das geht schon. Hast du nicht auch bei den Ochsenbraten, Schwermöglichkeiten. Zu. Wenn sie mir die Jokernbraten erlauben macht, seit die Erdänze, die hat noch was für dich. Der will nichts arbeiten, der will nur in der Danze. Besonders ist das ja scheiße. Wir reden einmal von Arbeiten. Da sind leider fleißige Leute, jetzt ist es vor der 2 Uhr auf die Nacht, jetzt müssen sie einmal sitzen da. Wenn sie gerade von Nacht gereist, der hat auch was für dich. Der hat einmal Bienenbarmt. Der ist kein alter Kranker. Der hat Bienen, der wird jeder Zeit noch. Der Ochsen, die langen Kühen. Die werden dann von Gupfauernbraten spielen. Da brauchen wir keinen Ochsen, heute ist jeder Wind gegangen, der hat jetzt eh aufarbeitet, denn vorn kommst du nicht loben, da tust du das zusammenklauen. Jetzt muss man auch schon den Millionenfurtstag wieder erlauben. Nichts erlauben. Wir erlauben jetzt nächste Morgen, dass du mal die Bieren zusammenklauen. Dann wird dir der Höfen zusammenklauen. Dann wird dir der Höfen zusammenklauen. Jetzt erst die Arbeit, und dann das Spiel. Das werden wir jetzt nicht sehen. So. Der Herr Tänzer, der will jetzt zusammenklauen. Der will jetzt hier nichts sagen. Was will jetzt tun? Der will jetzt schon zusammenklauen. Werde es nix? Nein, entschuldigung, das erste Arlau. Jetzt können wir nicht unser Bestes strecken, aber daher gehen wir dann sogar beim Reißner oben, dann können wir hier unsere Bieren selber zusammenklauen. Der Haushalt, der muss man nicht wieder erlauben, wir werden den roten Lois antun. Der werden den Ruf vorzupfen. Also möchtest du den Hosen rupfen? Jetzt ist das nächste Gras, da wirst du ja nicht bleiben, aber da ist ein bisschen Gras, was rund und man da ist, das müsst ihr schon anrufen, ne? Ja. Du sollst die Herausforderung vorzahlen? Nein, nein, das ist... Hau rein! Selber lassen wir nicht mehr die Knechte machen und die, die da herkommen und so. Das ist auch der Herklauer, und da will dann gleich immer ein Tauschen. Die Knechte, wie ist das vorher nicht? Du musst die Herausforderung vorzahlen? Nein, nein, das müsst ihr schon selber können wir viel bezahlen haben. Da kannst du uns nicht bezahlen, da sind wir zu teure Gräfte, ne? Ja, ja. Das muss man erst beweisen. Das sind die Kauschen, das sind die Kauschen. Ne, jetzt muss man mal beweisen, ob die da mit der Braut von einem Panzen gehen könnte, das ist ein Kausch wert, ne? Ja. Wenn ich mich doch wieder erlauben, soll ich denn noch was füllen. Ich brauche mal was mit der Tauschen. Die würden die roten Lois abgraben. Und dann muss die Jäger schon machen, dass sie mal die Daumen hochschießen. Bringen wir die Jäger daher, lassen kann man... Wenn die Tauschen sind, dann holt sie mich schon auf die Leute. Da ruft er nicht mehr so rumschießen. Die Jäger hätten wir doch! Jetzt gehen wir doch! Es war aber zu reden, zuerst muss die Jäger bringen, der muss die Daumen schießen, dann ja... Der Jäger ist Polwer. Wir haben keine Oben, dann keine Schweißen, keine Kriegmeißen. Dann bin ich der Jäger. Das tut er Jäger. Und dann geh raus und schießt den Daumen hoch, und den Weiß haben wir nicht. Hat wie ein Eis! Nein, aber die Jäger hätten wir doch! Dann kriegst du's doch! Einen Jäger hab's, dann geht's den Daumen hochschießen! Dann kriegst du's! Den Jäger brauchen wir keinen! Dann lass uns den Jäger! Hat wie ein Eis! Also das kann er sich auch... Da kann er sich brauschen geben! Dann brauchen wir keine Tüten! Dann brauchen wir keine Tüten bei! Dann brauchen wir keine Tüten bei! Dann müssen wir nicht erlauben! Nein! Dann hab ich daheim ein Wünscht dir! Wenn er einfach nicht aufpasst, bei dir haben wir zugemacht die Tüte! Die Tüte ist ja offen, doch wieso passt der nicht rein! Nein! Du hast die Wand! Kann er höchstens an die Wand laufen! Alle Tüten sind offen! Wenn er nicht aufpasst, dann lädt er schon durch die Tüte! Der läuft! Also der ist gefährlich! Du bist auch da rein, da ist alles offen! Du hast ja gar keinen Stier, aber du willst nicht mehr hören! Geh holen! Der ist ja rein! Ich seh, ich muss nicht! Spieltusten dann! Zuerst gesehen, dann spüren, bringen ihn her! Der ist ja rein! Der ist ja rein! Der ist ja rein! Der ist ja rein! Hört! 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 Der ist ja rein! Es ist kein trockener Baustein! Das ist kein trockener Baustein! Wir können da die Tüte! Auch in der Hand! Wie steckt's noch? Schau, wie der greift. Bist du ein Lichterer oder ein Röterer? Ein Lichterer, ein Lichterer. Ein Röterer kann man nicht schreiben. Wer ist das? Der Sommerjörgler. Also der Kameranzug. Ein Schauffeur. Ein Schauffeur. Ein Kuccia, ne? Jetzt sind wir an den Kuccia, ne? Das zweite Mal durch den Wendringen für den, oder? Das ist ein Wendringer. Das ist ein Wendringer. Das ist ein Wendringer. Ja, das ist ein Wendringer. Aber das ist noch eine Schämse. Das ist ein Wendringer. Mit dem haben wir jetzt. Wir haben Schauer. Du stell dir bei. Wir haben eine Ladegrasse. Wir müssen aufpassen. Das ist unser bestes Pfand, was wir haben. Ich glaube, das kannst du noch ein Himmler aufnehmen. Was bestes habt ihr gefunden? Dann geht's wieder. Dann kommt's. Dann kommt's. Dann kommt's. Ja. Wir haben ihn. Dann kommt's. Dann kommt's. Er soll ja mal Satteln nicht fördern, dass wir daheim fahren können. Wir reiten erst mit den Frauen in die Pflege. So ist er wieder rein. Wenn er den wieder erlauben, dann möchte ich auch was kriegen. Dann haben wir ein Baumhaus lieb. Also wenn man mal die Frau nicht loslässt, du, willst du es tun? Kannst du nicht noch ausschlafen? Ein Baumhaus, das kann wir machen, wir wollen jetzt nicht bleiben, aber da könnte die Frau mal essen. Und dann schwebt die Frau nicht. Du kannst nicht nur ausschlafen, wenn die Frau mal in den Zaun lasst. Wird das nichts? Unsere Frauen sind ja nicht da rum, wir sind ja die Kasse. Nein, was muss denn auch? Immer dann. Wenn die Frau daheim, wenn die Frau daheim vielleicht schauen wird. Wie wäre es dann, wenn die Frau daheim sei? Ich kann es noch nicht sagen, ich bin nichts feiert. Du bist doch schon an. Anfahrt nach rum. Wir wissen schon. Ruhe! Wir wissen schon. Ruhe! wir haben ein Glas Wanderer. Leg sie aus, dass du beschäftigen musst, weil deine Stunden laden wir. Also, wenn du mit der Jungen verbaut, wie die Laune, für die Neue jetzt nicht spenden, damit du nicht spenden kannst. Ich hab da auch ein goldenes Cannabell, mit Rosmarin ausgekriegt. Die Rennen tut das Jesu kennenlernen. Und es ruft den Hausfutter für all seine herzahmen Hochzeitsgästen in den Himmel hinein. Also, in Himmel, da können wir zuerstimmen, ne? Ja. 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 Jetzt hast du dich auch. Ja. Ja, tio street. Danke, Magrie. Danke, Magrie. Ja. Also, da Shape, mit Himmel, Frau von Schefft. Prost. Prost. Prost!? Prost. Es lliet nur zu woanders, oder? Das ami gut tutan, ja ... Wer uns schon, Aber als Andere muss ich ein bisschen was grüßt, da der Frau dann aus. Das ist ein ganz Andere grüßt. Also, da hat er keinen Platz mehr. Die Frau, leider gar nicht, da hat er keinen Platz mehr. Wir reisen den Streiken ja. Dann können wir ein bisschen mit deinem Kutschhausen, die für die Frau dann. Sicher. Aber was dafür hast du denn am Platz? Vielleicht den Kofferraum rein? Wir wünschen auch keinen Kofferraum. Ja, hätten Sie eine ganze Kiste. Wer darf hier? Auch zum Bremsen, auch zum Bremsen, auch zum Bremsen. Ja, zwei Meter Saal hätte auch, okay? Jetzt wird ein Bremsen. Nein. Ja. Ein bisschen aufpassen, gell? Ja. Ja, dann nehmen wir nichts mehr. Nichts? Nichts Bremsen. Ich werde jetzt gleich so weiter wieder anfangen. Sonst gehen wir es nicht mehr. Ja. Also, ich teile noch einmal einen Klasse ein. Jetzt lese ich es nicht mehr. Jetzt lese ich es nicht mehr. Es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas. Wenn der Hausvater Junker-Kauf so wieder anvertrauen, wenn ich dieses Glas Wein ausdrinke, würde ich ihm drei bürgen vorgehen. Der erste ist Gott Vater, der zweite Gott So, der dritte Gott Heiliger Geist. Also wenn er drei drei bürgen hat, dann kann man... mit dem Hausvater samt seinen ehrsamen Hochzeitsgästen in den Himmel hineinweisen. Jetzt kann man wohl in den Himmel ein. Ich gehe da bei einem Kaufvorrahmen, jetzt wird er noch in den Himmel ein. Also ist das mit dem Himmel fix, ja? Ja. Also ist das sehr sicher, ja? Mein ist gewachsen, wie du sagst, auf einem hohen Berg, der Christus mit seinem schweren Kreuz gegraset hat. Ist er nicht gewachsen auf einem hohen Berg, ist er gewachsen auf einem Lebelein. Soll die Jungs zur Frau ihre Gesundheit zeigen. Prost. Prost. Ja, geht dazu. ... ... Es ist nur ein Aufbau! Es darfst du spielen. Ich habe es nicht getrieben und gefangen. Ich habe Freibene von mir angenommen. Nur aufpassen. Die Strasbourggemeinschaft 2. Da können alle Hochzeitsgäste lustig sein. Jung und alt, groß und klein, Ich sage jetzt, wir werden da zu gesammelt sein. So, jetzt ist nun gebraucht. Bist du gesund oder krank? Wie um die Bank. Bist du gesund? Riech. Riech an den Tisch. Bist du gesund? Oh und gut. Riech über meinen abgeputzten Hut. Ich bin ja mein Scherinner. Ich bin ja mein Scherner. Hier geht es dir. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.